Ja, ist ja gut. Kleine Sekunde zu spät. Hallöchen zur Wall Street Online Börsenlaunch. Wir mussten noch ein paar kleine technische Einstellungen machen, damit ihr einen Gast heute auch seht. Denn heute dreht sich der erste Teil der Wall Street Online Börsenlaunch komplett um das Bitcoin Halving, was es ausmacht, was zu erwarten war und wie es sich vor allen Dingen auch in der Vergangenheit ausgewirkt hat. Dafür habe ich mir Alexander Mayer eingeladen. Er ist Krypto-Experte und wird uns gleich Rede und Antwort stehen und vielleicht könnt ihr auch nochmal, gucken wir mal, ob er noch ein paar Fragen aus dem Chat beantwortet. Ansonsten ist die Lage an den Märkten mau. Siemens zieht an die DAX-Spitze, weil wir gute Zahlen von Konkurrenten aus der Schweiz sehen. Und TSMC hat auch gute Zahlen vermeldet. Das zwei Lichtblicke an einem ansonsten trüben Tag. Und jetzt geht es dann los mit der Wall Street Online Börsenlaunch. Kommt rein, nehmt Platz. Der DAX war ja eigentlich auch ganz gut drauf. Er ist jedenfalls gut aus den Startlöchern gekommen, ist schön ins Plus gezogen. Und jetzt mittlerweile hat er seine Gewinne schon wieder komplett abgegeben, ist also wieder unter die Marke von 17.800 Punkten gefallen. Aber das stellen wir jetzt alles, zack, ein Stück weit nach hinten. Denn hier ist er, Alexander Mayer, unser Krypto-Experte. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hi Markus, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin. Immer wieder gerne, wenn du zusagst, weil ich kenne mich ja selber nicht so sehr mit Krypto aus. Immer schön, wenn wir einen Experten dafür natürlich in der Sendung haben. Außerdem muss ich da nicht so viel reden. Hat alles seine Vorteile, ne? Wie ist denn aktuell die Lage beim Bitcoin? Wir haben ja einen Ausbruch gesehen, aber jetzt will man nicht mehr so richtig da oben raus. Prallt immer wieder ein bisschen ab. Wie schätzt du die aktuelle Lage vom Bitcoin ein? Ja, richtig. Ich kann ja direkt noch meinen Bildschirm teilen, dann können wir uns den Chart mal anschauen. Ich hoffe, man sieht alles soweit. Ja, ne? Ja, hervorragend. Also 2023 war ja schon sehr konstruktiv, da sind wir aus dem Bärenmarkt rausgekommen. Aber jetzt 2024, das lief ja wahnsinnig gut bisher das Jahr. Die ETFs, die sind ja wirklich genehmigt worden. Das war ja bis zur letzten Sekunde eine ziemliche Zitterpartie. Und dann war ja auch die Frage, ist das nur ein Narrativ? Also passiert da wirklich was, wenn die da sind? Oder kommt da dann doch keine Nachfrage? Und beziehungsweise der Start war ja auch sehr enttäuscht. Das haben wir hier gesehen. Da haben wir erstmal eine kurze Korrektur gesehen. Aber dann haben die ETFs ja gezeigt, was für eine Power wirklich dahinter steckt. Also die Wall Street hat auf jeden Fall Lust auf Bitcoin. Die Nachfrage ist sehr, sehr stark. Und das hat den Kurs dann, wie wir ja sehen, in den letzten Monaten auch ganz schön weit nach oben getrieben. Also bis über das All-Time-High, bis über die Marke von 70.000 Dollar. Und jetzt befinden wir uns einmal mehr, wie in den vergangenen Bullruns, auch in dieser Ausbruchsphase über das Allzeithoch. Und wir sehen hier, drei Versuche haben wir schon gehabt. Bisher ist es dreimal gescheitert. Das ist aber eigentlich auch ganz normal. Das gehört dazu. Also ein All-Time-High, das ist ja bei jedem Asset auch eine psychologische Hürde. Das gilt natürlich auch für Bitcoin. Das durchbricht man nicht einfach so. Und man muss auch bedenken, die Leute, die 2023 eingestiegen sind, die sich solide Positionen aufgebaut haben. Und geschweige denn, die Leute, die schon seit vielen Jahren dabei sind, die sitzen jetzt wieder auf riesigen Gewinnen. Die fangen an zu verkaufen. Die fangen an, das Kapital zu diversifizieren. In andere Kryptos, in Immobilien, Aktien, in Lamborghinis oder was auch immer. Oder einfach in den Konsum. Das ist ganz normal. Das gehört dazu. Das konnten wir in den vergangenen Bullenmärkten auch beobachten. Und es dauert eben immer eine Weile. Also wenn wir hier mal ein bisschen in den langfristigen Chart reinschauen. Das hat in den vergangenen Bullruns auch immer recht lange gedauert. Also hier 2020, als wir drüber gegangen sind, hat uns das auch über einen Monat gekostet. Und im vorletzten Bullrun hat es sogar nochmal deutlich länger gedauert. Also da haben wir hier knapp drei Monate gebraucht. Und das war auch begleitet von einer ganzen Menge Volatilität. Ich bleibe aber insgesamt auf jeden Fall sehr optimistisch, dass das noch nicht das Top gewesen ist. Sondern, dass wir den Bullrun fortsetzen werden. Und dass wir in den nächsten Monaten dann den Ausbruch in die Preisfindungsphase von Bitcoin dann wirklich sehen werden. Also den interessanten Teil des Bullruns. Auch wenn jetzt gerade wieder ein bisschen Gegenwind kommt auf makroökonomischer Seite. Du hast es ja auch eben schon angesprochen. Der DAX ist ja auch wieder ein bisschen runtergegangen. Beziehungsweise generell die Aktienmärkte. Im Zweifel könnte sich das jetzt vielleicht wirklich noch eine Weile hinziehen. Vielleicht sogar bis zum Spätsommer, wenn wir da die saisonalen Effekte auch bedenken. Aber ich glaube, ein Ende dieses Bullruns war das definitiv noch nicht. Dann mach dich doch auch nochmal ins Bild, damit die Leute auch sehen, wer hier zu Ihnen spricht. Jetzt wissen wir alle auch nochmal, wie der Alex aussieht und gucken nicht nur auf den Chart. Also für dich geht es weiter nach oben. Hast du auch für dich ein Kursziel gesetzt oder sagst du, ist mir egal, Bitcoin kennt kein Kursziel. Ich meine, es kursieren ja von einer Million bis zu 100.000, ist ja alles mittlerweile möglich. Jeder Experte rennt rum und schmeißt irgendein Kursziel an die Wand. Hast du für dich selber auch eins oder sagst du, es geht einfach bergauf und wir schauen mal, wie weit? Ja, also mittlerweile sage ich keine genauen Kursziele mehr. Ich weiß dann auch, damals ist schon ein paar Jahre her, war ich auch in der Sendung bei dir, da habe ich ja gesagt, wir gehen auf die 100.000. Haben ja auch viele andere Leute gedacht im letzten Bullrun, dann sind wir nicht über die 100.000 gegangen. Ich sage mal so, es würde mich sehr enttäuschen, wenn wir in diesem Bullrun nicht die 100.000 sehen, aber genaue Kursziele werde ich jetzt nicht sagen. Aber ist für Bitcoin eigentlich auch, ich sage mal, gar nicht so relevant, weil die einzige Grenze ist eigentlich die Menge, der Dollar ausgeweitet werden kann. Also theoretisch kann das immer weiter nach oben gehen. Und die langfristige Idee ist ja auch, dass Bitcoin irgendwann gar nicht mehr in Dollar oder Euro oder was auch immer bepreist wird, sondern dass Bitcoin einfach sein eigenes Ding ist. Also ich sage mal so, ich denke, der Wert von Bitcoin wird weiter steigen. Aber wo genau das Ziel sein wird in diesem Bullrun, das weiß ich selber auch nicht. Ich kriege also schon für allen Bitcoin in der Mugini, ja? Ja. Gut, das ist doch mal eine Aussicht. Jetzt steht das Halving vor der Tür am 20. Heute ist der 18. Wir haben noch zwei Tage Zeit. Halving heißt also, es wird weniger geschürft. So ist von meinem Empfinden her, als grober Laie sage ich mal, okay, Nachfrage ist weiterhin hoch, Angebot, weil Halving kommt, verringert sich, man kann nicht mehr so viel schürfen, müsste ja eigentlich Pi mal Daumen oder nach normalen volkswirtschaftlichen Grundlagen, Nachfrage wird hoch, bleibt hoch, Angebot wird geringer, müsste zu steigenden Kursen führen. Aber erklär uns erstmal, was ist genau dieses Halving und wie viel wird denn gekürzt? Ja genau, das ist schon gut erklärt. Also der Kerngedanke dahinter, Angebot und Nachfrage, ist ja gleich Preisentwicklung. Und das Halving ist interessant, weil das neu erzeugte Angebot von Bitcoin halbiert wird. Also das Ganze funktioniert so, die Bitcoin-Blockchain, die kann man sich ja im Endeffekt als eine Art Kassenbuch vorstellen. Da steht drin, wer wie viele Bitcoins hat. Und wenn man seine Bitcoins hin und her senden möchte, dann schickt man entsprechend eine Anfrage an das Netzwerk und die Miner, die verarbeiten diese Anfrage dann, die tragen die Transaktionen dann in den jeweiligen Block ein. Und damit die das machen, brauchen die natürlich auch einen Anreiz, weil das kostet eine Menge Strom, eine Menge Rechenleistung, die Mining-Geräte sind teuer, damit die Miner da auch einen wirtschaftlichen Anreiz haben, kriegen die eine Belohnung. Das sind einerseits die Transaktionsgebühren, die man zahlt, aber bei jedem Block werden eben auch neue Bitcoins erzeugt. Und damit Bitcoin nicht, wie beispielsweise der Dollar, beliebig vermehrt werden kann, gibt es da eine eingebaute Grenze im Protokoll. Und zwar werden alle 210.000 Blöcke, wird die Neuerzeugungsrate von Bitcoin halbiert. Und es hat in der Vergangenheit drei Halvings bereits gegeben, also 2012, 2016 und 2020. 2020, ursprünglich sind wir mit 50 Bitcoins pro Block gestartet. Mittlerweile sind wir auf, also wenn wir immer die Hälfte gehen, sind wir auf 6,25. Und in zwei Tagen ist es soweit, ich schaue hier gerade mal kurz auf den Countdown. Genau, in einem Tag, 17 Stunden, 40 Minuten wird derzeit gerechnet, wird es ein weiteres Mal halbiert. Dann werden nur noch 3,125 neue Bitcoins pro Block erzeugt. So, und das passiert alle 210.000 Blöcke und ein Block dauert immer ungefähr 10 Minuten, bis man den geschürft hat. Die technischen Details, die sparen wir uns jetzt mal, das würde, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber das ist vom Protokoll aufgrund dieser Schwierigkeit, dieser Rechenleistung, die man da leisten muss als Miner, ist das so festgelegt. Und deswegen haben wir auch diese, ja mittlerweile berühmten Bitcoin-Cycles, die sich über vier Jahre erstrecken, über die ja viel gesprochen wird. Und das ist eben dieser Meilenstein, der jetzt in zwei Tagen wieder passiert, da sehen wir die weitere Halbierung auf dann nur noch 3,125 neue Bitcoins pro Transaktionsblock. Und irgendwann geht es dann auf null? Ist das alle vier Jahre? Ja, so annähernd, annähernd. Also man sagt ja, es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Es wird annähernd 21 Millionen Bitcoins geben. Also irgendwann im Jahr 2140, ist es derzeit ausgerechnet, findet dann sozusagen die letzte Halbierung statt, wo das noch irgendeine Relevanz hat. Und danach geht das dann in die, weiß ich nicht, die zehnte Nachkommastelle. Also dann werden einfach keine neuen Bitcoins mehr erzeugt. Und dann werden die Miner nur noch Geld verdienen über die Transaktionsgebühren. Ob das dann noch wirtschaftlich tragfähig ist, ja, das müssen wir dann in mehr als 100 Jahren mal schauen, wie die Lage dann aussieht. Na gut, ich wage mal die Prognose, ich werde da nicht mehr schauen, aber vielleicht gucken meine Kinder noch drauf, dann kann ich denen noch was mitgeben. Ja, wer weiß. Die Frage, wie wichtig ist Bitcoin Halbing denn wirklich für die Preisentwicklung, für den neuen Bullrun quasi? Ja, also man muss das zweit sein auf jeden Fall. Für die Mining-Industrie hat es natürlich eine recht große Relevanz, weil da einfach die Umsätze letzten Endes halbiert werden. Aber die Miner wissen das natürlich, die sind schon lange im Geschäft, die bereiten sich da entsprechend drauf vor. Und es gibt ja auch laufende Weiterentwicklungen bei den Mining-Geräten. Also die werden immer effizienter und gleichzeitig steigt der Preis ja langfristig auch immer weiter. Deswegen wird die Mining-Industrie das wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, wie in den vergangenen Halvings auch gut abfangen, das Ganze. Aber wie, also du hast ja gefragt nach der Preisentwicklung, also viel interessanter ist es natürlich, was bedeutet man, was bedeutet das Halving für die allgemeine Marktdynamik? Haben wir eben schon gesagt, also diese ganz simple Rechnung ist ja geringeres Neuangebot, trifft auf steigende Nachfrage. Das ist gut für den Preis. Das ist der generelle Gedanke dahinter. Und das ist auch das Argument, warum in der Vergangenheit immer viele Leute gesagt haben, dass das Halving so ein relevanter Faktor für diese Zyklen ist. Ich kann ja nochmal den langfristigen Chart teilen, dann hat man das ein bisschen besser im Überblick. Also das Halving war bisher sozusagen der wichtigste Meilenstein, hier habe ich sie entsprechend eingezeichnet, für diese vierjährigen Zyklen, die wir bei Bitcoin immer wieder sehen, die immer wieder zu diesen Bullen- und Bärenmärkten geführt haben. Meiner Meinung nach, oder meine Einschätzung ist, das Halving ist größtenteils ein Narrativ. Also die Leute fiebern darauf hin, das ist so ein Meilenstein, dem man entgegenfiebern kann. Aber so große Auswirkungen hat das meiner Meinung nach mittlerweile gar nicht mehr. Und das sehen wir ja auch hier im langfristigen Charts, nach den vergangenen Halvings, unmittelbar danach ist die krasse Rally nie losgegangen. Das hat immer ein paar Monate gedauert, bis da wirklich dann der nächste Bullrun gezündet ist. Und in diesem Bullrun hatten wir ja sogar schon das Novum, dass wir ein neues Allzeithoch bereits vor dem Halving erreicht haben. Früher hat Bitcoin ja immer erst deutlich nach dem Halving hat das geschafft. Und deswegen ist das meiner Meinung nach auch so ein Indiz dafür, dass die eigentlichen Preistreiber andere sind. Also das Halving hat zwar natürlich einen gewissen Effekt, aber der ist wesentlich geringer als viele denken. Ich glaube, dass das vorhandene Angebot am Markt erstmal eine deutlich größere Rolle spielt. Also im Endeffekt die Bereitschaft der Bitcoin-Halter, sich von ihren Coins zu trennen. Und eine sehr wichtige Metrik, an der man das ablesen kann, ist die zum Handel verfügbare Menge an Bitcoins auf den Kryptohandelsplattformen. Und die befindet sich in einem kontinuierlichen Abwärtstrend, seitdem die ETFs gestartet sind. Das können wir uns hier bei dem Dienstleister Coinglass anschauen. Ja, das ist so, könnte man so beschreiben, das Bloomberg der Kryptowelt oder einer von mehreren Anbietern, die diese On-Chain-Daten liefern. Und wir sehen hier also, hier in gelb ist der Bitcoin-Preis und hier in grün. Dieser Chart zeigt eben den Bestand an Bitcoins auf den Börsen. Und der ist in einem deutlichen Abwärtstrend, seitdem die ETFs gestartet sind, weil diese Nachfrage einfach immer mehr Coins aufgesaugt hat. Die ETF-Markt kaufen immer mehr Coins vom Markt auf. Und ja, Leute, die ihre Bitcoins gar nicht auf den zentralisierten Börsen halten, also in ihren Hardware-Wallets halten, die leben sowieso in einer komplett anderen Welt. Das gehöre ich ja auch so ein bisschen. Also wir verkaufen Bitcoin sowieso nicht mehr für Fiat-Geld, egal wie der Preis aussieht. Und deswegen ist eben das vorhandene Angebot oder die Bereitschaft der Käufer, Bitcoin zu verkaufen, eigentlich viel relevanter als die Änderung der Neuerzeugungsrate jetzt beim Halving. Also das heißt, ausgehend davon, jeder weiß, das Angebot bei Bitcoin ist selten. Also die wirklich wichtige Variable jetzt für den weiteren Bullrun oder für die weitere Preisentwicklung ist die Nachfrage. Und bei der Nachfrage sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Ja, Nachfrage sowieso, klar, ist okay. Okay, weiterer Ausblick für 24 haben wir eigentlich schon fast geklärt. Du bist positiv, aber wenn ich mir das so angucke, Halving ist immer genau die Mitte. Also können wir mit dem nächsten Halter hoch 25, 26 erst rechnen. Ja, wie gesagt, also ich denke nicht, dass man sich komplett an den Halvings als Orientierungspunkte für die Zyklen orientieren sollte, sondern es geht da wirklich, wie das für die Finanzmärkte generell gilt, das Makro-Bild ist das, was das letzten Endes entscheidet. Wie gesagt, grundsätzlich bin ich sehr optimistisch, dass dieser Bullrun weitergeht. Hängt aber aus meiner Sicht ganz stark mit der Gesamtentwicklung an den Märkten zusammen. An den Aktienmärkten sieht das ja gerade auch schwer danach aus, als würden wir jetzt in eine größere Korrektur übergehen. Es wird eben diese neue Realität eingepreist, dass die Zinssenkungen in den USA doch nicht wie versprochen kommen oder erst viel später als erwartet kommen. Die Inflation ist immer noch hoch. Die setzt jetzt im schlimmsten Fall sogar zu einem weiteren neuen Aufwärtstrend an, also dass die Inflation wieder komplett hochgeht. Und diese Doppelbelastung aus hohen Zinsen und hoher Inflation, die sorgt weiterhin für Druck. Und wir haben das ja gesehen. Die großen Tech-Werte, die diese Rallye an den Finanzmärkten in den letzten Monaten ja maßgeblich getragen haben, die verlieren jetzt an Momentum. Und jetzt muss eigentlich mal der breitere Markt liefern. Also jetzt muss ich zeigen, ob wir wirklich in einem normalen Business-Cycle sind und es allgemein wieder bergauf geht, weil die Unternehmen die hohen Zinsen und die Inflation gut verdaut haben und Tech dann nur wie immer der Vorreiter war. Oder ob jetzt auch die Quartalszahlen und vor allem die Ausblicke enttäuschen werden und das Thema Rezession dann doch wieder hochkommt. Und wenn die Märkte dann in eine längere Korrektur übergehen, dann wird das sehr wahrscheinlich auch den Bitcoin-Kurs und den restlichen Kryptosektor erstmal mit nach unten reißen. Ich denke nicht, dass wir da eine Entkopplung sehen werden. Dafür ist es wahrscheinlich immer noch zu früh. Aber was das langfristige Bild angeht, denke ich trotzdem oder halte ich die Geldpolitik immer noch für den wichtigsten Faktor überhaupt. Sowohl für Bitcoin als auch für die Aktienmärkte, also für die Finanzmärkte generell. Es findet eben bereits wieder in den USA eine weitere Geldmengenausweitung statt und da werden wir in den nächsten Monaten, gehe ich zumindest von aus, die nächste große Runde sehen. Und das wird das Schießpulver letzten Endes sein, dass die Märkte und vor allem Bitcoin wieder nach oben katapultieren wird. Also die Wirtschaft hat die hohen Zinsen ja scheinbar ganz gut absorbiert. Bisher zeigte sich ja noch deutlich solide. Aber die Wirtschaft ist ja nicht das Einzige, beziehungsweise der Problem her liegt ja eigentlich in einer ganz anderen Ecke. Und zwar bei der US-Regierung. Denn sie sind in einer Schuldenteufelsspirale, schon lange im Grunde. Die USA haben ja einen sehr defizitären Staatshaushalt, müssen immer mehr Schulden aufnehmen, um die ganze Party weiter am Laufen zu halten. Und in der Nullzinswelt, in der wir in den letzten Jahren waren, war das nicht so das Problem. Aber jetzt bei diesen hohen Zinsen dreht sich diese Teufelsspirale immer schneller. Und wir nähern uns ja mittlerweile auch an dem Punkt, an dem am Markt einfach gar keine Ressourcen mehr da sind. Also keine Abnehmer mehr für die neuen Staatsanleihen. Und da muss irgendeine Lösung her. Also irgendwo her muss Liquidität kommen, damit die US-Regierung Abnehmer für die Anleihen finden wird. Und da wird letzten Endes wahrscheinlich wieder die Fett um die Ecke kommen müssen. Und irgendwie sich einen neuen Trick aus dem Hut zaubern müssen, um Liquidität herzuzaubern, damit die US-Regierung ihre Anleihen noch losbekommt. Und das bedeutet im Endeffekt wieder eine weitere Geldmengenausweitung. Und darauf wird Bitcoin wieder sehr positiv reagieren. Ich möchte noch einmal meinen Bildschirm teilen und einen sehr relevanten Chart zeigen, der das sehr gut verdeutlicht. Hier, das ist auch ein Datenanbieter im Kryptobereich, ein sehr guter. Hier sehen wir den Bitcoin-Kurs im langfristigen Bild. Und hier unten, das ist die jährliche, prozentuale Geldmengenentwicklung der globalen Geldmenge M2. Also das ist nicht nur die USA, sondern das sind die vier großen, wichtigen Zentralbanken, Europäische Zentralbank, People's Bank of China und Bank of Japan. Und wir sehen, immer wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, reagiert Bitcoin da sehr stark drauf. Genauso wie die Aktienmärkte eigentlich auch. Und immer wenn die Geldmenge sinkt, im prozentualen Vergleich zumindest, dann stürzt auch Bitcoin ein. Und wir sehen, wir befinden uns hier wieder im nächsten großen Liquidity-Cycle letzten Endes. Also die ganze Welt muss wieder refinanziert werden, die US-Regierung braucht wieder neue Liquidität und deswegen steigt der Bitcoin-Kurs. Also im Endeffekt könnte man sogar so argumentieren, die steigenden Kurs an den Finanzmärkten, da geht es gar nicht mehr um die Wertabbildung, sondern es ist einfach nur noch ein Sinnbild für diese Verzerrung des Messwerts, der den Wert von Vermögenswerten, Produkten, Dienstleistungen abbildet. Also dem Geld, dem Dollar, der immer weiter verzerrt und ausgeweitet wird. Und Bitcoin ist die beste Spiegelung dafür und profitiert am meisten davon. Also langfristig, um das Ganze jetzt mal abzuschließen hier, langfristig, selbst wenn wir jetzt eine Korrektur sehen, die vielleicht sogar sich über ein paar Monate erstreckt, ich glaube, die nächste Runde Geldmengeausweitung wird kommen und deswegen wird dieser Bitcoin-Bullrun auf jeden Fall weitergehen. Dann nach dieser feurigen, da bist du wieder durchgekommen, der Bitcoin-Verfechter, alles was geht. Da sieht man, wo Alex sein Herz hängt, wo er sich auskennt und wo er die Zukunft sieht. Aber wir haben nicht nur Bitcoin, wie sieht es aus bei anderen Währungen, Ethereum oder irgendwas, kann man da auch noch, oder muss man sich einfach nur auf Bitcoin konzentrieren? Ich habe ja noch ein Dogecoin in der Hinterhand oder sonst was. Ja, die ganz generelle Dynamik am Kryptosektor ist oder die Regel ist, Bitcoin gibt den Ton vor, restliche Sektor folgt. Und das heißt eben, wenn Bitcoin jetzt den Bullrun weiterhin gestaltet, dann wird der restliche Sektor auch mit Verzögerung nachfolgen. In den vergangenen Bullen-Märkten war das ganz genauso. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann, zeitlich gesehen ist das natürlich die goldene Frage, aber wenn wir jetzt irgendwann in die heiße Phase des Krypto-Bullruns gehen und die Liquidität, die dann in den Markt reinfließt, auch in den Altcoin-Sektor geht, also im Endeffekt das Risikospektrum immer tiefer geht auf der Jagd nach Rendite, dann werden wir wahrscheinlich wieder absurde Kursbewegungen bei vielen Altcoins sehen. So ein bisschen sehen wir das ja auch bereits schon seit einigen Wochen oder Monaten. Vor allen Dingen, du sagst es gerade, Dogecoin, Meme-Coins, die sind in den letzten Monaten wieder komplett durch die Decke gegangen. Da haben wir diesen Vorläufer dieser Marktdynamiken, die sich immer in einem Krypto-Bullrun abspielen, bereits gesehen. Bisher sind das aber nur die alteingesessenen Marktteilnehmer, die auch im Bärenmarkt dabei geblieben sind. Die betreiben eben untereinander so Pump-and-Dump-Spielchen, das ist ein ganz populärer Sport im Kryptosektor. Die zapfen jetzt eben auch die Wall Street als Liquidität an. Also das heißt, die verkaufen teilweise ihre Bitcoin-Bestände jetzt zu neuen Höchstständen und nehmen das Kapital und pumpen damit kleine Altcoins hoch, um eben auch neue, unerfahrenen Investoren anzulocken, damit die auch in diese Pump-and-Dump-Spielchen mit einsteigen und dass sie eben die alteingesessenen dann das Geld da abzwacken. Und derzeit passiert das vorzugsweise mit Meme-Coins. Ich gehe mal davon aus, sobald Bitcoin so richtig in die Preisfindungsphase oberhalb des letzten All-Time-Eyes steigen wird, dann wird sich wahrscheinlich auch der Mainstream wieder mehr für Krypto interessieren. Also momentan ist der Mainstream eigentlich noch gar nicht wieder zurückgekehrt. Der Mainstream, also Retail-Investoren, Privat-Investoren, die lassen Krypto eigentlich größtenteils noch an der Seite liegen. Bisher ist nur die Wall Street dabei und pumpt Bitcoin über die ETFs hoch. Aber wenn Bitcoin jetzt, sagen wir mal, er steigt auf einen sechsstelligen Kurs, dann werden die ganzen Glücksritter wieder kommen, die werden am Casino-Tisch Platz nehmen und die alteingesessenen Krypto-Veteranen nehmen den Leuten dann wahrscheinlich das Geld weg, den meisten zumindest. Und deswegen vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis oder eine Warnung am Ende. Wenn man komplett neu ist, lieber erstmal mit Bitcoin anfangen. Altcoins ist wirklich ein wilder Westen. Es gibt natürlich eine Menge Potenzial in dem Sektor, auch an die Zukunft gedacht. Und es gibt ein paar sehr ernsthafte Sachen im Sektor mit einer Menge Potenzial. Aber für Anfänger in der Hitze eines Bullruns vor allen Dingen der Altcoin-Sektor ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Ort. Ja, da treiben wir uns doch gerne rum an den gefährlichen, dunklen Orten. Da sind wir doch zu Hause. Wir haben eine Frage aus dem Chat, wenn die Notenbanken ihre digitale Währung einführen und vielleicht auch einen Bitcoin verbieten würden, wie siehst du das? Gibt so ein Szenario möglich an den düsteren oder werden diese düsteren, dunklen Orte dann noch größer? Also zum ersten Mal gehe ich fest davon aus, dass wir bald eine digitale Zentralbankwährung sehen werden. Ich meine, es arbeiten ja auch alle Zentralbanken daran. Vor allen Dingen auch in den USA haben sie das dann auch nicht offiziell kommuniziert. Aber da gibt es ja mittlerweile auch dieses FedNow von der Federal Reserve, das dieses 24-7-Banking ermöglicht. Ich meine, perspektivisch ist das ja auch logisch, dass sie über sowas nachdenken, weil womit kann man noch besser geldpolitische Moderation betreiben? Natürlich mit einer digitalen Zentralbankwährung, weil du da die Geldströme direkt steuern kannst und moderieren kannst. Deswegen für die Zentralbanken ist es ein sehr interessantes Konzept und deswegen ist es auch logisch, dass sie daran arbeiten. Werden sie Bitcoin verbieten? Ja, das können sie von mir aus gerne machen, bringt nur nichts, weil Bitcoin ist nun mal ein dezentrales Netzwerk. Du kannst es im Endeffekt nicht verbieten. Klar, du kannst es schwieriger machen, wenn wir jetzt von den USA reden, du kannst es für US-Bürgerinnen und Bürger schwieriger machen, Bitcoin zu kaufen, aber so richtig verhindern oder verbieten kannst du es nicht. Es wird immer Wege finden. Und wenn die USA eine komplette Anti-Haltung einnimmt, was sie ja auch, bei Bitcoin jetzt nicht mehr unbedingt, weil die ETFs sind ja zugelassen worden, aber zumindest im Altcoin-Sektor habt ihr eine sehr feindliche regulatorische Haltung, aber dann werden andere Länder kommen und eine sehr freundliche Haltung einnehmen und dieses ganze Kapital, die ganzen unternehmerischen Ressourcen usw. anziehen und dann baut sich der Sektor einfach woanders auf und langfristig wird die USA einfach zurückfallen oder diesen Trend oder diesen starken Wirtschaftssektor, diese Chancen da nicht mitnehmen. Beim Internet haben sie es richtig gemacht, deswegen haben sie das Silicon Valley, deswegen sind die ganzen großen Tech-Giganten in den USA beheimatet. Wenn sie es bei Krypto jetzt falsch machen, dann wird es langfristig wahrscheinlich einfach so sein, dass das neue Silicon Valley eben nicht in den USA sein wird. Also dementsprechend, langfristig wird das dem Krypto-Sektor wahrscheinlich nicht wehtun. Hervorragend, da müssen wir auch nicht an die dunkelsten und geheimsten und gefährlichsten warten. Dankeschön, Alex, für deine Auskünfte. Sehr gerne. Immer wieder gerne, nächste Anlass nutzen wir gerne aus, dann darfst du wieder mit dabei sein. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. So, und damit sind wir im normalen Programm zurück und werden als erstes mal schauen, was der DAX gemacht hat. Der ist mittlerweile jetzt auch schon leicht ins Minus rüber gedreht. Also, die Stimmung bleibt weiterhin ein bisschen angespannt. Wir sind wieder unter die 17.800 gefallen, denn wir haben eben doch gerade schon über die Zinsen gesprochen und laut der US-Notenbank-Direktorin Michelle Bowman ist es eine offene Frage, ob das Leitzinsniveau im Kampf gegen die Inflation überhaupt ausreichend hoch ist. Also, wir kommen jetzt schon wieder in die nächsten Diskussionslevel. Wir erinnern uns, am Anfang stand die sechs, am Anfang war das Feuer bei der Kinofilm, aber ich glaube, wir fangen an, am Anfang stand die sechs Zinssenkungen im Jahr 2024. Daraus wurden 3, 2, 1 und jetzt mittlerweile guckt man auch, oder wird auch sogar das Wort Zinserhöhung schon wieder in den Mund genommen. Man muss ja gucken, sollte Israel zurückschlagen und die Ölpreise wirklich nach oben ziehen, dann wird das natürlich die Inflation auch wieder weiter nach oben treiben. Also, so un- oder so abwegig ist das vielleicht gar nicht. Und jetzt hat die gute Frau Bowman gesagt, ich denke, die Zeit wird zeigen, ob es restriktiv genug ist, sagte sie. Die Fortschritte beim Zurückdrängen der Inflation hätten sich verlangsamt, vielleicht seien sie derzeit sogar auch zum Stillstand gekommen, fügte die gute Frau Bowman hinzu. Also, hier sieht man, wir kommen in ganz neue Gefilde und das belastet natürlich zusätzlich jetzt auch nochmal die Märkte. Die US Futures waren vorhin zumindest im Plus, so leicht um die 0,2 Prozent, Dow, S&P 500 und die Nasdaq. Also, tja, jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. Sollte tatsächlich das Wort Zinserhöhung nochmal in den Mund genommen werden, dann weiß ich nicht, wo das Spielchen eventuell noch hingehen könnte. Also, so ganz unbedenklich ist die ganze Sache nicht. Wir müssen uns mal abwarten. Korrektur war ja erwünscht und wir nehmen wieder mal als Anlass, natürlich zu gucken, bis wohin könnte die gehen. 7,5, der Ausbruch wäre eventuell eine Möglichkeit. Wir können auch sagen, hoffentlich hält die 50-Tage-Linie. Da sind wir nämlich. Wenn wir jetzt da auch noch drunter fallen, dann wird das ganze Spielchen schon wirklich ein bisschen unangenehm. Dann könnte es tatsächlich noch ein gutes Stück nach unten gehen, bis zur 16.500 glaube ich nicht. Aber ich glaube dann, dass wir die 17.500 testen. Und hier, wenn sich die Nachrichtenlage nicht bessert, muss man tatsächlich sagen, auch eine 17.000 ist möglich, wenn man ein bisschen schwarz malt. Und dann haben wir hier erst die wirklich richtig große Unterstützung. Ich glaube, da ist der DAX richtig losgerannt und das könnte alles jetzt schon wieder aufbrauchen. Wir wollen es mal nicht hoffen, aber es ist im Bereich des Möglichen. Wir sind jetzt auch im DAX, am kritischen Punkt, fallen wir unter die 50-Tage-Linie. Dann könnte es noch ein gutes Stück weiter nach unten gehen. Und da muss man dann natürlich gucken, wie geht man damit um? Säubert man das Depot? Oder kneift man einfach nur die Augen zu und sagt, naja, wird schon alles wieder besser gegen Ende des Jahres? Wir müssen mal angucken. Also, die ganz großen Kursbewegungen, die Ziele für den S&P 500, was nicht alles nach oben gesetzt wurden. Und jetzt sind wir wieder an der Schwelle, wo es vielleicht andersrum aussehen könnte. Viele Werte heute im DAX, deswegen auch nicht so ein Plus. Vor allen Dingen reißt uns natürlich runter, dass Sartorius heute mal wieder ordentlich eine verbraten. 17,41 Prozent. Ich erinnere mich nur um, nein, muss ich nochmal sagen, Gersheimer? Nein, ne? Aber auf jeden Fall nicht Sartorius. RWE mittlerweile an der DAX-Spitze, Nachholpotenzial. Siemens ist nach wie vor ein Topwert, den ich auf dem Niveau immer noch kaufen würde. Commerzbank, die Banken ziehen wieder an. Also auch das ist gut. Adidas legt noch weiter zu, Münchner Rück. Heute sind die defensiven Werte ein bisschen gefragt. Airbus und die Autobauer. Wir haben rückläufige Zahlen gesehen. Macht den Autobauern heute aber auch nicht so viel aus. Hinten Sartorius, Rheinmetall. Die Rüstungswerte ist mal wieder, weil er sich auch jetzt in den USA Goldman Sachs zu Wort gemeldet hat. Wir gucken gleich mal drauf. Sie haben auch gesagt mal wieder, dass sie bei Rüstungsaktien mehr abwärts als Aufwärtspotenzial sehen. Haben aber wieder vier, da muss man wieder feinen Gliedern haben, aber vier Aktien ausgeklammert. Und eine davon ist heute der zweitschwächste Wert im DAX. Deswegen kann man ruhig darüber nachdenken. Wir gucken gleich nochmal drauf, ob Rheinmetall dieser Rücksetzer nicht eher eine Chance ist oder ob es jetzt hier komplett weiter nach unten geht. Zahlen haben wir heute gesehen. Bei Taiwan Semiconductor. Mittlerweile ist die Aktie auch ein Minus, obwohl die Zahlen gut sind. Aber Tech-Werte stehen gerade allgemein. Alle ein bisschen unter Druck. Wenn wir uns das angucken, es ist eigentlich alles wirklich gut gelaufen bei TSMC. Man rechnet mit einer deutlichen Umsatzsteigerung im zweiten Quartal. Jetzt in den ersten drei Monaten hat man wirklich gut geliefert. Und jetzt rechnet man damit, dass man im zweiten Quartal einen Umsatz von 19,6 bis 20,4 Milliarden Dollar hinlegen wird. Das sind ungefähr 18,4 bis 19,2 Milliarden Euro. Also das ist wirklich ein hervorragender Ausblick. Man rechnet damit, dass ein bisschen die Nachfragedelle bei Handys sich wieder ein bisschen auflöst. Also muss man sagen, es ist wirklich alles gut. Warum die Aktie jetzt so richtig im Minus ist, weiß ich auch noch nicht genau. Aber es ist allerdings heute ein bisschen eher, dass wir eine Schwäche bei den Tech-Werten sehen. Aber ich würde mich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn ich sie hätte, würde ich sie auf jeden Fall behalten. Ich würde auch bis zu 120 mit nach unten marschieren. Und das wäre so auch das Signal, wo ich mir für alle, die sich für die Aktie interessieren, wo ich mich auf die Lauer legen würde. Also ich würde heute, also kann ich nichts Schlechtes an den Zahlen finden. Alcoa im Plus. Und da ist irgendwie so die Erleichterung, glaube ich, groß, dass man da gestern nicht nochmal extrem daneben gehauen hat. Aber so richtig zu 100 Prozent. Das Gelbe vom Ei sind in den Zahlen auch nicht. Also wir hatten ja gestern schon die Frage, vorher nur einsteigen. Wenn man es jetzt gemacht hätte, wir sehen es. Im normalen Handel hat die Aktie kräftig verloren. Und jetzt sind wir hier da. Eigentlich ist es von der Chart-Technik her alles hervorragend, wenn man sich eine Alcoa anguckt. Ich habe sie mir auch schon länger auf meiner Watchlist und gucke immer schön drauf, wenn man sich das so anguckt. Wir haben erst vor kurzem Golden Cross gesehen, dass hier die 50-Tage-Linie von unten nach oben durch die 200-Tage-Linie gegangen ist. Das ist ja auch immer schön. Wir sind nach wie vor über der 35, was auch hervorragend ist, wenn man das aus der Chart-Technik betrachtet. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Und im Grunde genommen könnte es jetzt eigentlich nur bergauf gehen, wenn man so der reine Chart-Techniker ist und nicht auf die fundamentalen Daten guckt. Aber da ist es halt eben nicht ganz so. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 6,38 Milliarden Dollar und einen Umsatz aber auch, der jetzt reinkommt, von 10,81 Milliarden geschätzt. Also wir haben hier gerade mal eine halbe Umsatzbewertung, ein bisschen mehr als die Hälfte der Umsatzbewertung. Das ist nicht viel. Wir sehen auch im langfristigen Chart, den gucken wir uns nochmal an, dass die Aktie kräftig nach unten gekommen ist. Im ersten Quartal hat sich der Verlust jetzt ein bisschen weiter ausgedehnt von 31,231 Millionen auf 252. Also das ist 1,41 Dollar minus die Aktie. Der Umsatz hat leicht um 2,6 Prozent auf 2,6 Milliarden nachgegeben. Insgesamt war das besser als die durchschnittliche Prognose der Analysten. Also dieses neue, nicht so schlecht wie erwartet, ist gut. Haben wir hier denn jetzt bei Alcoa auch gesehen und rechnet damit, dass es jetzt wieder peu à peu aufwärts geht und die Übernahme von Aluminia-LTD ist auch abgeschlossen. Also insgesamt ganz gut, muss man jetzt sagen. Wer mutig ist, geht jetzt hier rein. Ich denke, auf lange Sicht kann das nicht so sehr schaden. Denn die Aktie hat tatsächlich, wenn wir uns das angucken, noch einiges Luft nach oben. Wir sehen es hier, die 40 ist glaube ich so das erste Ziel, was die Aktie ansteuern könnte, wenn es am Rohstoffmarkt und alles so weiter geht. Aktuell sind Rohstoffwerte ja so eher so ein bisschen der sichere Hafen. Alles geht ein bisschen in den Rohstoff rein, Kupferpreise steigen und alles. Haben wir ja auch schon oft genug besprochen. Alcoa im Groben gehört ja noch so ein bisschen mit dazu. Und ja, also ich finde, man kann hier schon ein kleines Tänzchen wagen. Dann kommen wir von Alcoa zu Micron Technologies. Tech-Werte sind ja gerade ein wenig unter Druck. Aber Micron hat wieder Geld. Oder könnte einen warmen Geldregen bekommen. Also da sieht es aus. Micron Technologies hat eine Marktkapitalisierung von 129 Milliarden Dollar bei 24,54 Milliarden Dollar Umsatz geschätzt. Also ungefähr das fünffache Umsatzbewertung KGV von 284, das in nächstes Jahr auf 15 fallen soll. Weil man ja mit den Preisen spielen kann. Die Experten gehen davon aus, dass Micron die Preise erhöhen darf. Und jetzt wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass auch Micron Technology von der US-Regierung ein warmes Geldpaket und einen warmen Geldregen abbekommt und zwar in Höhe von 6,1 Milliarden US-Dollar, um natürlich ein neues Werk zu bauen und die heimische Chip-Industrie zu fördern. Also hier munkelt man. Bloomberg will es mal wieder herausgefunden haben. Zwei mit der Sache vertrauten Personen. Also es wird ein Gesamtpaket geben, was 6,1 Milliarden Dollar für Micron bedeutet. Es sind auch Kredite mit darunter, die verbilligt angeboten werden. Also hier spart man wohl dann eine Menge Geld. Und wenn man bei Micron einsteigen will, kurz abwarten, ob die 110 hält. Das hat sie bislang getan. Eigentlich ist es nicht so schlecht, wie sich die Aktie gerade entwickelt. Ausbruch hier haben wir gesehen nach den Quartalszahlen. Hier ging es dann kräftig nach oben. Ausblick war auch super. Dann ist die Aktie ziemlich schnell gestiegen bis hier aufs Hoch. Und dann ist sie runter, konsolidiert wieder ein bisschen. Also wenn man einsteigen möchte, ist mit Sicherheit jetzt hier die 110 US-Dollar, um die 110 US-Dollar eine gute Möglichkeit reinzukommen. Wenn wir uns das angucken, sind wir natürlich den Linien, den gleitenden Durchschnitten um einiges enteilt. Die können wir jetzt nicht als Auffang nehmen. Also 100 wäre vielleicht dann eine Möglichkeit, dass man hier vom Ausbruch zurückkommt. Aber wenn es hier wieder hochgeht, würde ich sagen, ist Micron Technology jetzt auch eine ganz gute Wahl. Womit wir bei ABB angekommen wären. Und da sehen wir, dass es heute kräftig nach oben geht. Denn man hat so ganz gute Zahlen geliefert, obwohl die aktuellen Zahlen noch nicht so überzeugt haben. Aber vor allem der Ausblick und die Prognoseerhöhung, die mit einhergeht, die lässt heute die Aktie von ABB natürlich schön nach oben schnellen. Und da kommen wir dann auf einen Plus von rund 5%. Wir sehen es hier, 5,37%. Aktie geht hier oben raus auf ein neues Allzeithoch. Und hervorragend. Also wir sehen es, kann man eigentlich nicht meckern. Im ersten Quartal hat man den Gegenwind aber trotzdem noch ein bisschen gespürt. Aber trotzdem, für das laufende zweite Quartal sieht man ein Wachstum im mittel-einstelligen Prozentbereich. Und für 2024 einen vergleichbaren Umsatz, der um 5% anzieht. Das bereinigte EBTA soll jetzt im kommenden Quartal leicht über dem ersten Quartal liegen. Und im gesamten Jahr ein Niveau von rund 18% oder eine Steigerung von 18% erreichen. Die Auftragseingänge im ersten Quartal sind zwar leicht gesunken, aber der Umsatz ist stagniert. Trotzdem hat man jetzt die Prognose erhöht, weil sich die Auftragsbücher da ganz gut füllen. Und deswegen geht man jetzt davon aus, dass man noch zulegen kann. Das treibt die Aktie heute an. Und vor allen Dingen auch die Aktie des Konkurrenten Siemens. Deswegen ist nämlich Siemens an der Spitze im DAX heute zumindestens mal gewesen. Jetzt kommt ja alles wieder ein kleines Stück zurück. Nokia hat heute auch Zahlen gebracht. Da muss man auch sagen, sie sind nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich habe es ja schon angedeutet, so ähnlich wie bei Ericsson. Auch hier gilt es ein bisschen nicht so schlecht wie erwartet. Ist eigentlich dann doch schon wieder gut. Wir haben eine schwache Nachfrage gesehen. Und das hat natürlich das Ganze ein bisschen ausgebremst. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Fünftel eingebrochen. Auf knapp 4,7 Milliarden Euro. Die Mobil-Ausrüstung, Mobilfunk-Ausrüstungssparte war die schlechteste. Weil die Geschäfte in Nordamerika und Indien schlecht gelaufen sind. Also beim Sonderposten, beim um Sonderposten bereinigten operativen Ergebnis hat aber Nokia immer noch ein Plus von 25% erzielt. Auf 597 ist ja immer dann immer die Frage, wie viel packe ich unter Sonderposten. Unterm Strich stieg der Gewinn jedenfalls auch gut um die Hälfte. Also haben wir 438 Millionen Euro. So. In diesem Sinne ist das gar nicht mal so schlecht. Und deswegen geht es ein gutes Stück nach oben. Xiaomi hat eine höhere Nachfrage nach seinen Autos. Haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Treibt die Aktie heute ein bisschen mehr nach oben. Denn man hat gesagt, die Nachfrage ist deutlich höher als erwartet. Aber wir haben auch gestern schon drüber gesprochen. Je mehr Autos die verkaufen, desto größer ist der Verlust. Weil sie ja selber auch schon gesagt haben, mit den Autos bei dem aktuellen Preiskampf, den wir auf dem chinesischen Markt sehen, können wir kein Butterbrot gewinnen. Also müssen wir unter Wert verkaufen. Deswegen ist halt die große Frage, ob ein reißender Absatz jetzt wirklich die Aktie auch antreiben sollte, weil das den Verlust größer macht. Und es irgendwie auch nicht abzusehen ist, dass der Preiskampf in China irgendwann enden wird, weil man da so viele Anbieter hat. Und Xiaomi ja selber ein Beispiel dafür ist, dass man jetzt eigentlich als Mobilfunkgerätehersteller, als Smartphone-Produzent jetzt auch noch Autos baut. Aber viele Experten, deswegen steigt die Aktie auch im Grunde genommen, gehen davon aus, dass eben Xiaomi dadurch die Handy-Entwicklung alles einen technischen Vorteil gegenüber vielen chinesischen Autobauern hat, auch gerade was die Vernetzung des eigenen Fahrzeugs angeht. Das ist so ein bisschen der Treiber. Und deswegen guckt man nicht so genau darauf, dass man mit den verkauften Autos eigentlich jetzt Verlust macht. Müssen wir mal abwarten. Wir kennen das, wir wissen die Situation. Trotzdem wird dann keiner sagen, wenn die Zahlen kommen und da auf einmal, keine Ahnung, wie viele Milliarden Höhenverlust stehen, unterm Strich wird dann keiner sagen, ja, haben wir ja alle mit gerechnet, ist ja nicht so schlimm. Sondern dann werden wieder alle sagen, nein, so viel, nee, da verkaufe ich die Aktie lieber wieder. Also damit muss man auch rechnen, wir kennen dieses Spielchen und abwarten. Das ist eine sehr gute Halteposition auf jeden Fall weiterhin, bis wir mehr wissen. Vielleicht verdient man ja an anderer Stelle mehr. Damit kommen wir zu Goldman Sachs, die ja auch, wie andere schon ähnlich gesagt haben und gesagt haben, wir glauben, dass wir uns mitten in einem Superzyklus der Verteidigungsausgaben befinden, hat jetzt die Investmentbank unter der Leitung von Victor Allitt geschrieben. Aber, sie gehen auch noch davon aus, dass insbesondere die europäischen Verteidigungsausgaben voraussichtlich jährlich durchschnittlich wachsen und zwar um 4,5% im Zeitraum von 2022 bis 2027. Vergleichszeitraum zwischen 2015 und 2020 waren es nur 3%. Also, da ist jetzt die Steigerung. Und deswegen sagen sie auch noch, europäische Verteidigungsaktien haben die Superzyklen genau verfolgt und werden jetzt mit Spitzenmultiplikatoren 20-fache des 12-Monats-Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnisses gehandelt. Und das ist natürlich ein bisschen viel, weshalb im Ausschlag von rund 45% gegenüber dem Referenzindex, Sie nehmen ja den Stocks 600, feststeht. Deswegen sagen sie, dass sie aktuell eher die Abwärtsrisiken, die Aufwärtsrisiken bei den Banken gefährden. Sie haben aber trotzdem vier Aktien rausgepickt, wo sie langfristiges Wachstum aufgrund der großartigen Auftragslage und aufgrund der Zukunftsthemen, die in diesen Unternehmen gehandelt werden, sehen. Drei davon kennen wir bestens. Thales ist hier unten. Der Grüne hatten wir nicht so oft mit dabei. Das hier ist Airbus. Wir machen es mal groß, dann können es alle drauf sehen. Hier haben wir dann unten Thales, Airbus, Rheinmetall, die ja heute zurückkommen. Und ganz oben ist aktuell Rolls-Royce. Die Aktie ist ja auch sehr gut gelaufen. Bei drei Aktien würde ich nachgehoffen, Thales bin ich zu weit weg. Aber Airbus, glaube ich, hat noch eine glänzende Zukunft vor sich. Auch wenn wir jetzt sehen, dass wir hatten es ja auch schon erst diese Woche, dass Rolls-Royce und Airbus zusammen vielleicht hier einen riesen Wartungsvertrag von türkischen Airlines bekommen. Es hängt alles zusammen mit der Bestellung. Ich glaube, 280 Flieger hat türkische Airline bei Airbus bestellt. Und das sollen sie sich dann noch abfärben mit Wartungs- und Ersatzteilverträgen, die Rolls-Royce und Airbus bekommen. Das munkelt man, hat natürlich. Ich glaube sogar, auch wieder Bloomberg rausgefunden. Und deswegen sind Airbus und Rolls-Royce für mich die allererste Wahl. Rheinmetall habe ich ja auch im Musterdepot drin. Den Rücksetzer hier würde ich heute auch eher ausnutzen. Ich glaube, es geht wieder weiter mit Rheinmetall. Wir haben eine Schwächephase. Auch wenn jetzt einige darüber diskutieren, warum der Schwächeanfall kommt. Ich glaube, wenn die Aufträge kommen und alles sich wieder ein bisschen beruhigt, dann wird auch die Aktie von Rheinmetall wieder zulegen. Kater P hat Dukaten. So. Also, wenn wir die 3 oder 4 miteinander vergleichen. Thales hat eine Marktkapitalisierung von 32,47 Milliarden. Rolls-Royce hat ein bisschen mehr, 33,57 und macht dafür aber ein bisschen weniger Umsatz. Rheinmetall ist noch kleiner als beide. Die bringen nur 23,09 Milliarden auf die Waage. Und der größte Konzern in diesem Quartett ist Airbus mit 126 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Vom KGV her nehmen sie sich eigentlich auch alle nicht ganz so viel. Aber hier ist Thales vorne. Thales hat ein geschätztes KGV von 20 fürs laufende Jahr. Rolls-Royce fast 27, Rheinmetall 26,4 und Airbus 22,4. Also würde ich sagen, trotzdem bleibe ich bei Airbus und Rolls-Royce gerade. Und dann Rheinmetall. Vorwärts KGV liegt bei Airbus bei 19,4, bei Rheinmetall bei 19,1, bei Rolls-Royce 23 und auch bei Thales bei 19,3. Da sind sie also fast alle gleich. Nur Rolls-Royce kippt ein wenig aus der Reihe. Trotzdem, das ist die Ausnahme. Auch wenn man bei den überwiegenden Aktien in Goldman Sachs jetzt ein Abwärtsrisiko sieht. Hier haben sie sich vier Aktien rausgepickt, wo sie sagen, da liegt es besser. Allerdings hatten wir von gestern Alcoa, heute TSMC und Nokia. Und ganz wichtig für die Stimmung. Wahrscheinlich heute Abend Netflix. Allerdings wird schon gemunkelt, dass das Ganze ein bisschen zurückgeht, weil man ja eben diese Doppel-Accounts eingeschränkt hat, dass es immer weniger wird. Aber insgesamt rechnet der breite Markt noch mit positiven Zahlen bei Netflix. Intuitive Surgical gucken wir uns natürlich auch an. Haben wir natürlich wieder ein bisschen KI und alles mit drin. Da werden wir morgen auch nochmal in aller Ruhe drauf gucken. Dann haben wir noch American Express, Procter & Gamble. Haben wir also morgen schon wieder vier interessante Unternehmen, die auf jeden Fall in der Sendung mit drin sind. Sartorius. Vorhin waren es elf. Jetzt sind es 16. Ich sag's nochmal, ne? Mit drei, ja, dann findet man es. Laufen. Trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eben nach wie vor einen Gerrissheimer nehmen. Aber wir sehen hier, sie tun, wenn man reingeht, natürlich, wenn Sartorius schlechte Zahlen mal, dann belastet es ein bisschen die ganze Branche. Aber bei Sartorius muss man erstmal wieder auf positive Signale warten. Die Zahlen waren es bis jetzt nicht und die Aktie kommt auch nicht so richtig aus dem Quark raus. Und jetzt hier unten, ja, wir hoffen auf bessere Zeiten. Und jetzt hören wir zum dritten Mal, ja, in zwei Quartalen soll alles besser werden. Also, die Kunden bauen weiterhin ihre Lagerbestände ab. Ja, muss man mal gucken. Die müssen aber auch ein riesiges, riesiges Lager von Sartorius-Produkten aufgebaut haben. Also, die müssen ja fast nur Sartorius durchhauen. Also, gleichzeitig, ne, man sagt, der Professor, bauen ihre Lagerbestände weiter ab. Der Professor, ich wollte jetzt sagen, der Professor, aber der Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg ist kein Professor. Sondern er sagt, der Prozess im Kerngeschäft mit Verbrauchsmaterialien ist auf einem fortgeschrittenen Niveau. Allerdings gibt es in China und auch in Teilen Europas zurückgehende Investitionsmöglichkeiten oder Investitionszurückhaltungen. Also, man muss ja abwarten. Also, insgesamt, die Zahlen waren wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Und jetzt geht es wieder bergab. 250 kann man es vielleicht mal wieder versuchen. 225, wenn sie die Nummer testet. Ich wünsche keinem, der die Aktie hat. Aber ich würde sie weiterhin nicht anfassen. Hingegen ist Siemens viel interessanter. Auch hier sehen wir so in dieser Range, die wir jetzt hier zuletzt gesehen haben, zeitlang ist die Aktie zwischen 160 und 170 gependelt. Dann hat sich das Ganze hier ein bisschen nach oben verschoben. Das hier war vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Jetzt sind wir hier wieder und sind so in der Mitte. Das ist so die letzte Chance. Siemens ist einfach immer am meisten unterschätzt. Es läuft und brummt. Und Prozessautomation und alles ist Siemens ganz weit vorne. Ich habe mir hier schon oft im Mund fusselig geredet. Aber nach wie vor, finde ich, ist Siemens wirklich ein Top-Wert. Auch wenn man sich das Ganze fundamental anschaut. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 135 Milliarden beim Umsatz von 80. Also es ist noch nicht mal das Doppelte. Also da sind andere schon viel schlimmer bewertet. KGV 16,9, Dividendenrendite 2,87 geschätzt für dieses Jahr. Nettoergebnis 8,15 Milliarden. Dann ist gut aufgestellt in Indien. Auch hier wird man weiter mitgehen. Wo alle anderen noch hinwollen, ist Siemens auch schon da. Also von daher profitieren Sie heute natürlich, dass Konkurrent ABB das Ganze hier ein Stück noch die Prognose erhöht hat. Deswegen rechnen jetzt alle bei Siemens auch mit guten Zahlen. Ja, letzte Möglichkeit. Über 180 wäre ich erstmal wieder ein bisschen vorsichtig. Würde erstmal gucken. Aber um die 170 hier, weil die Möglichkeit hat man ja auch schon, da hätte man durchaus zugreifen sollen. Rheinmetall haben wir schon abgehakt. Ob es man ausnutzen sollte nach den Rücksetzer oder nicht. Ja, Eichstron wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtig. Aber man ist heute auch den Gerüchten immer entgegengetreten. Denn seit einer Analystenmeinung wird also bei einer Nachfrageschwäche von Eichstron ausgegangen. Und wir sehen, diese Nachfrageschwäche hat die Aktie ganz schön in den Keller gedrückt. Auf dem Tief hier, auf dem Mehrjahrestief bei 21,34. Heute geht es wieder ein Stück weit nach oben, weil sich eben Eichstron auch zu Wort gemeldet hat. Und gesagt hat, dass schwächere Geschäfte mit Silizium-Carbid-Fertigungsanlagen, auch kurz SICK-Fertigungsanlagen, dass das nicht stimmen würde. Der US-Halbleiterkonzern Wolfspeed hat nämlich im dritten und vierten Quartal mehrere Aufträge für solche Anlagen erteilt, um die Produktion im Bereich von 200 mm Silizium-Carbid-Wafern auszubauen. Das haben sie heute mal mitgeteilt. Bedenken in puncto einer nachlassenden Nachfrage, die gibt es halt eben schon seit Ende März. Da gab es eine Studie von der BNP und die hatte neue Sorgen oder neue Nahrung für diese Sorgen geliefert. Ja, das ist jetzt heute mal ein Lichtblick, aber wie der so weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ich würde da jetzt auf jeden Fall noch nicht hinterher springen. Auch wenn wir jetzt sehen, dieser kurzfristige steile Abwärtstrend hier ist vorbei. Trotzdem würde ich mir dafür wünschen, wenn wir das jetzt so machen, würde ich erstmal das obere Ende abwarten und gucken, ob die Aktie dann ein Stück zurückkommt, dass die Aktie wieder komplett in diesem Tunnel hier nach oben arbeitet. Wenn das immer noch da lang geht, wird es ein bisschen schwierig. Zu früh. Gute Aussagen des Unternehmens, müssen wir nicht drüber streiten, aber trotzdem, wir haben eine Marktkapitalisierung von 2,42 Milliarden bei 678 Millionen Umsatz geschätzt für dieses Jahr. Also 14,21,3, ein bisschen mehr als das Dreifache des Umsatzbewertungen, KGV 16,8, soll Richtung 13,9 fallen, Dividendenrendite 1,92. Mir ist das Ganze noch ein bisschen zu früh, da würde ich lieber aktuell ein bisschen mehr bei Sixt reinschauen, denn hier hat die Deutsche Bank, ist aber auch schön, Holt und Kursziel von 120 lässt die Aktie fallen. Bei und ein behaltenes Kursziel von 120 lässt die Aktie um fast 5% steigen. Das Kursziel hat die Deutsche Bank nicht verändert, aber ihre Einstufung von Holt auf Bei. Naja, wenn eine Aktie bei 62 liegt und das Kursziel lautet 120, dann guckt man normalerweise gar nicht so genau darauf, Holt oder Bei ist fast 100%. Da geht man doch schon mal ein bisschen genauer an die Sache ran. Seit Jahresbeginn läuft die Aktie nicht, sie liegt 8,3% im Minus. Heute geht es nach oben. Wir haben eine ungefähre Bewertung auf Umsatzniveau. Marktwert ist 3,65 Milliarden, geschützter Umsatz ist 3,73 Milliarden. Wir sehen also, von daher geht man davon aus, ist noch extrem Luft nach oben. Wir haben KGV von 12, der Richtung 11 fallen soll und eine Dividendenrendite, die bei 4,27 liegt. Ich würde kurz abwarten, ob die 65 hält und wenn die hält, dann würde mich auch nichts halten. Dann würde ich einsteigen. Also, auf jeden Fall. Man muss es mal abwarten. Die Lage im Nahen Osten hat man auch sich genau angeguckt und da ist auch für Sixten nicht viel zu verlieren, dass sie eher auf diese kurzfristigen Reiseturns steht, dass man das Auto im Urlaub nutzt oder sonst was, so nicht irgendwie langfristig und auch nur über Partnerfirmen im Nahen Osten ein bisschen vertreten sind. Also, da ist auch nicht so viel zu befürchten. Ja, man hat die Deutsche Bank jetzt eben gesagt, es geht rauf von Hold auf Buy, Kursziel bei 120 bei belassen und begründet wurde die Hochstufung mit der Erwartung, dass die Gewinndynamik im späten Jahresverlauf wieder positiv wirkt. Also, positiv wird. Nehmen wir es doch mal so hin und gucken uns ein paar Sixten-Aktien an. Das Musterdepot hier heute läuft nicht so ganz zurecht. Das ist aber auch keins, was ihr noch schon sehen sollt. Hier haben wir zumindest nochmal ein kleines Plus, weil sich die Aktien hier nicht so richtig bewegen. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Insgesamt. Die Zuschauerfragen habe ich auf morgen verschoben, weil ich nicht genau wusste, wie lange wir uns mit dem Alex unterhalten und deswegen habe ich gedacht, bevor die Sendung fünf Stunden lang wird, habe ich sie hier aber auch noch stehen. Also, morgen gibt es Cardio, Therapeutics, Minaric, Lucid und Iron Mountain. Die habe ich alle nicht vergessen. Die stehen hier noch und die wird es dann morgen geben. Aber trotzdem komme ich natürlich nochmal kurz in den Chat. Mann, Mann, Mann. Nix als Brassel. Hallo, Dom Dahler. Lufthansa wäre ich ein bisschen vorsichtig mit den Zahlen. Da würde ich jetzt kurz abwarten, wie das Ganze aussieht. die Zahlen abwarten. Hier waren jetzt viele Streiks und alles und deswegen muss man mal gucken. Also, wäre ich jetzt noch vorsichtig, würde ich die Zahlen abwarten. Ja, John Schicht ist gestern richtig abgegangen. Wir haben einen neuen Vertrag mit der NATO geschlossen. Haben aber, glaube ich, direkt eine Kapitalerhöhung, was ja auch Sinn macht, hinterher geschoben. Daher schreibt Wolfi Macher auch. mit den stark gestiegenen Wachstums und vor allem, dass ich die Kapitalerhöhung notwendig machen. Ja. Also, Kapitalerhöhung versus Vertrag mit der NATO. Insgesamt läuft das aber gut. Ich glaube, die kommen immer weiter. Muss man mal gucken. Hier, OL AI, würde ich geduldig bleiben. Ich bin heute auch nochmal eingestiegen und zwar aber nicht hier bei meinem Depot, sondern setzt nochmal alles auf eine Karte bei Aktienlust und hoffe, dass die Aktie nochmal anzieht. Müssen wir mal abwarten. Insgesamt war sie mir zu schnell gestiegen. Jetzt ist sie ja ein gutes Stück zurückgekommen. Heute war sie, glaube ich, zu Beginn 7 oder 8% im Minus, hat sich aber, glaube ich, wieder ein kleines Stück tatsächlich gefangen. Also, hat ein bisschen wieder aufgeholt. Ich gucke mal eben. Who will AI. Ja, jetzt liegt sie auf einmal 8,1% wieder vorne. Also, kann man jetzt, muss man ein bisschen Geduld haben. Dass die 1 gehalten hat, ist jetzt ein gutes Zeichen. Mir war der Anstieg zu steil, aber gut, es könnte jetzt auch nochmal eine Gegenbewegung sein, danach könnte es wieder abwärts gehen. Aber wir haben auch immer wieder hier gesehen, besser gesagt, ihr seht es noch nicht. Ich gehe jetzt mal hier rein. Und dann sehen wir, immer nach diesen steilen Anstiegen kam nochmal eine Konsolidierungsphase. Hier hoch, dann hier hoch und jetzt könnte es genauso sein, dass wir hier noch ein Stück runter gehen und dann erst wieder so in Untertassenform nochmal nach oben gehen. Geduld ist gefragt. Ja, weiß ich noch nicht, Rale Cup. Würde ich jetzt, muss man mal abwarten, wie schnell das Ganze jetzt geht. Wie gesagt, mir war das ja, ich habe die Aktie, hier im April mal vorgestellt und Anfang April und dann hat es keine zwei Wochen gedauert und dann sind wir fast von 50 auf 1,25. So ist es für mich immer ein bisschen ungesund und es ist für mich einfach zu schnell und dann nehme ich da lieber die Gewinne mit, weil es ist ein hoch riskanter Wert. Jetzt muss man gucken, wie lange die Aktie braucht, bis sie wieder auf 1,30 geht. Geht sie da ganz langsam und gemütlich hin und es ist eine normale Entwicklung, dann würde ich da sagen, kann man auch darauf tippen, dass es vielleicht noch ein bisschen höher geht. Das ist einfach nur die Frage der Schnelligkeit und das ist immer so Sachen. Es ist ein, ja, müssen wir uns nichts vormachen. Es ist ein Penny Stock, wo wir noch nicht genau wissen, wo die Entwicklung endet. Es kann sein, dass es ein Riesending wird. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht nicht zu 100% so aufgeht, wie sich das alle vorstellt. Aus diesem Grund muss man bei Penny Stocks immer vorsichtig sein und die Chance, dass aus so einem Penny Stock so eine richtige Granate wird, die ist jetzt auch nicht gerade so extrem groß. Also muss man hier wirklich abwarten. Man muss immer mal gucken, ich sage ja auch gerne immer, wenn das wirklich so eine absolute 100%-ige Granate wäre und die da irgendwas wirklich durchgehauen hätten, was 100% super ist, dann muss man ja auch sehen, dass hier L.A.I. gerade mal eine Marktkapitalisierung, wir hatten es nämlich heute, weil bei Aktienlust darf man nämlich nur ab 100 Millionen aufnehmen, und die liegt gleich drüber, dann würde die da einer sofort wegschnappen, wenn das jetzt hier um die Ecke ist. Ich kann ja nicht sagen, ich habe die Kartoffel erfunden, die die Welt mit Strom versorgt und meine Aktie steht bei 1 Euro. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann würde mir das Patent sofort einer aus den Händen reißen. Das sind immer so diese zwei schneidigen Schwerte. Man muss sich da ein bisschen abwarten. Ganz so steil sollte das Ganze nicht sein und deswegen muss man hier wirklich mal abwarten, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. So pauschal zu sagen, da oben steige ich wieder aus, weiß ich noch nicht. Weiter bei Monster Beverage investiert bleiben, ja, würde ich auch. CTS Eventim kann man auch noch mit an Bord bleiben. und deswegen geht es nach oben. Ich glaube nicht, dass Arm so schnell auf 80 wieder hochkommt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist mir die Stimmung letztendlich, dass so viele sagen, dass sie, wo ist das drüber? Auf 80? Ach so, ja, nee, ich habe mich vertan. 80 könnte tatsächlich sein, wenn man sich das anguckt. Ja, wenn die 100 jetzt hier nicht hält, aber dafür müssen wir an die Nasdaq gehen. Die 100 ist hier, da die Spitze, das ist schon bedenklich, wenn wir da drunter fallen. Also auf jeden Fall ist es für mich jetzt keine Aktie, die ich kaufen würde. Viele sagen, das Ding ist absolut überbewertet. Der Hype ist jetzt vorbei, obwohl, wenn sich der Handymarkt wieder erholt, wird auch in der Arm wieder steigen. Aber trotzdem, wir haben Marktwert 111 Milliarden bei 3,18 Milliarden Umsatz. Also muss man auch schon mal sehen, dass hier ja, eine etwas höhere Umsatzbewertung, KGV 508, der nur auf 130 fallen soll. Also ja, ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch ein gutes Stück runterkommt. Ich würde da jetzt nicht einsteigen. Allerhöchstens, wenn die Aktie anfängt, an der Marke von 100 Dollar seitwärts zu laufen und sich die Nachrichtenlage wieder ein bisschen beruhigt, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da mal reinsteigen oder einsteigen könnte. aber solange nicht gewiss ist, dass wir hier, ne, zack, drunter fallen, denn GAPS wollen geschlossen werden. Die Richtung ist manchmal egal. Weil das war mit Sicherheit hier eine absolute Übertreibung. Die Zahlen waren nicht schlecht, aber die haben das nicht rechtfertigt, dass die Aktie so in die Höhe geschossen ist. Das war wirklich KI-Hype auf seinem absoluten Höhepunkt. Rally Capital von Kater P. geadet? Nicht schlecht. But, wann geht es endlich mal wieder los? Glaube ich, nicht so schnell. Ich würde sagen, ich finde Altria, Altira, Altira besser. But, dieser jahrelange Superdividenden-Mythos war ja auch Ewigkeiten so, muss man ja auch sagen, aber ist halt eben nicht mehr so. ich weiß nicht, also ich würde da aktuell sagen, na, wo haben wir es denn? Ich bin doch doof. ähm, gehen wir auf Tradegate, dann, dann, sehen wir wie die Schere ein wenig auseinander geht und deswegen, was die Dividende anbelangt, tun sie sich beide auch nicht so viel, da müssen wir dann gucken, äh, British German Tobacco ist 50 Milliarden Pfund, wir rechnen direkt um den US-Dollar, 63 Milliarden US-Dollar Wert, beim Umsatz von 33 und der Dividendenrendite von 10. Aber warum kommt die Dividendenrendite, ist die immer so hoch? Weil wir immer die Kurse so tief haben und nicht, weil die Dividendenrendite immer so extrem erhöht wird. Vergleichen wir das dann mit, Altria haben wir 70,59 Milliarden Dollar marktwerts, beim Umsatz geschätzt von 20,56 Milliarden und die Dividendenrendite, die auch bei 10 liegt. Und wir sehen, hier haben wir, ist natürlich auch wieder auf 10 gestiegen, weil wir diesen Abstieg gesehen haben. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist für mich Altria die bessere Wahl. Aus diesem Grund, würde ich sagen, können wir so langsam Tesla noch warten? Tesla würde ich auf jeden Fall, Tom, würde ich vor den Zahlen nichts machen. Gar nichts. Vor den Zahlen würde ich da nichts machen, wenn die nochmal wirklich richtig gruselig werden, so wie es sich andeutet, geht die Aktie nochmal ein Stück nach unten. Also jetzt im Augenblick sehe ich nichts, was Tesla irgendwie wieder den Kurs drehen lassen könnte. Ich sehe nur schlechte, schlechte, schlechte Nachrichten und von daher würde ich da erstmal nicht reingehen. Na ja, ich glaube, noch nicht mal. Wir hatten vorher noch nie so Treiber mit dem Chip-Sektor. Ich glaube, meine Erfahrung ist da nicht so viel wert, weil wir irgendwie eine Gleichfrage oder früher nur so eine leicht anziehende Nachfrage von ihnen in den TV-Geräten oder irgendwo hatten mit Chips und alles. Jetzt haben wir auf einmal Rechenzentren, die wie wild gebaut werden müssen, weil jeder möchte den schnellsten, größten und KI-fähigsten Computer haben und deswegen ist jede Regierung da weit vorne. Jeder möchte einen Chatbot am Start haben, der überall mitwirkt. Deswegen werden die Nachfragesituationen so explodiert. Die bauen ja nicht umsonst. Vielleicht haben wir dann 2026 mal, wenn die Produktion dann geht, ein leichtes Nachfragedelle. Aber jedes Mal, wenn wir annehmen, der Zyklus ist vorbei, kommt TSMC um die Ecke, so wie heute und sagt Nvidia und alle anderen und reißen uns die Chips aus der Hand. Also ist noch nicht abzusehen. Also noch würde ich da nicht vorsichtig werden. Und aus diesem Grund würde ich sagen, mein KI-Chip geht so langsam zu Ende. Also machen wir doch einfach Schluss für heute. Das Wetter wird wieder schöner. Wir machen ein kleines Päuschen und sehen uns morgen dann nochmal wieder mit den Zuschauerfragen, die übrig geblieben sind, was beim Krypto-Hiving alles passiert und wie man damit umgehen soll, wissen wir auch. Also haben wir heute alle wieder was Gutes dazugelernt. Ich wünsche euch daher einen wunderschönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen und dann feiern wir zusammen den Weg ins Wochenende. Den anderen Satz, der 5 Euro ins Phrasenschwein kostet, den verkneife ich mir. Schönen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, ein Däumchen dürft ihr immer da lassen. ein Däumchen dürft ihr immer da lassen. Und dann kommen wir jetzt mal da. das ist und ihr habt, das ist und ihr habt. Und dann geht es euch, Vielen Dank.